Schreiben ist für mich ein Abenteuer. Deshalb möchte ich am Anfang noch nicht genau wissen, wo mich dieses Abenteuer hinführen wird. Ich bin lieber offen für Ideen, suche Inspiration in Büchern und finde im Lesen meist anregende Aspekte, aus denen sich mein Thema entwickelt und ein erster Rotext entsteht. Wenn ich schreibe, steige ich rasch ins Thema ein und bin in der Anfangsphase sehr motiviert. Da mangelt es mir weder an Ideen noch an Quellen. Doch während des Schreibens verliere ich mich zunehmend in meinen eigenen Gedanken und vor allem in den gesammelten Materialien. Das Verzetteln, Abschweifen und Ausufern wird dann zur Herausforderung. Deshalb gerät mein Schreibprojekt in diesem Moment manchmal ins Stocken, weil mein klares Ziel vor Augen fehlt. Dann frage ich mich, worauf will ich eigentlich hinaus? Was möchte ich überhaupt ausdrücken? Ich beginne also einfach mit dem Schreiben, ohne vorher ganz genau zu wissen, wohin es mich führt. Bevor es aber an die Überarbeitung geht, muss ich einen Leitgedanken, also meinen Fokus, genauer herausarbeiten. Seit ich als Schreibberaterin arbeite, weiß ich, dass Schreibende bei der Fokussierung von wissenschaftlichen Texten nicht gleich, sondern höchst unterschiedlich vorgehen. Für andere Schreibende kann es wichtig sein, schon von Anfang an in Schritt 1 des Schreibprozesses zu wissen, in welche Richtung das Schreibprojekt gehen soll. Ich selbst lege zwar auch in Schritt 3 eine grobe Gliederung fest, möchte mich am Anfang jedoch nicht zu stark von einem Plan einengen lassen und dadurch möglicherweise das Aufkommen von Ideen verhindern. Denn die Offenheit und Freiheit sind es, die mich zum Schreiben motivieren. Immerhin soll es ein Abenteuer bleiben, mit unerwarteten Exkursen und Nebenwegen. Ich selbst entwickle meinen Schwerpunkt deshalb schrittweise, während des Schreibens. Das heißt, mein Schwerpunkt kristallisiert sich meist erst in Schritt 5 des Schreibprozesses heraus, also in der Überarbeitung. Oder sogar erst in Schritt 6 nach einem Feedback von KollegInnen oder FreundInnen. Wenn das Feedback lautet, dass mein Text zwar interessant zu lesen ist, aber für Lesende noch nicht klar ist, worauf ich eigentlich hinaus will, dann merke ich, ich muss meinen Fokus schärfen. Die Frage ist dann, wie kann ich einen wissenschaftlichen Text fokussieren? Die Schreibtechnik Fokusprint, die von Ulrike Scheumann entwickelt wurde, hilft mir dabei. Ein Vorteil dieser Schreibtechnik ist, dass man sie je nach individuellem Bedarf jederzeit im Schreibprozess ausprobieren und anwenden kann. Der Fokusprint eignet sich meiner Meinung nach für alle Schreibenden, die ihre Texte stärker auf den Punkt bringen und mehr gedankliche Klarheit für das eigene Thema gewinnen möchten. Wie funktioniert der Fokusprint? Wie schon der Name verrät, wird dabei schnell ein kurzer Text geschrieben. Dafür kann man eine Überschrift, ein Stichwort, eine Frage oder einen Satzanfang auswählen. Ich wähle als Ausgangspunkt gern Satzanfänge, wie das Ziel meiner Arbeit ist, die Kernaussage meines Textes lautet oder der Fokus meiner Arbeit liegt in. Davon ausgehend, schreibe ich fünf bis maximal zehn Minuten. Um die Zeit genau einzuhalten, stelle ich mir einen Timer. Wenn ich im Schreiben merke, dass ich von meinem Ausgangssatz abschweife, führe ich mich gedanklich sanft aber bestimmt wieder dahin zurück. Die begrenzte Zeit und das hohe Schreibtempo zwingen mich, meinen Fokus klarer zu sehen. Ich bemühe mich auch, meinen Text während des Schreibens nicht zu lesen oder zu bewerten. Ich schreibe konsequent nach vorne, als würde ich, wie in einem Sprint, nur auf das Ziel zulaufen. Dabei konzentriere ich mich auf meinen Ausgangssatz. Erst wenn die Zeit abgelaufen ist, lese ich den entstandenen Text. Daraus, so empfiehlt Scheuermann, soll dann eine Kernaussage extrahiert werden. Ich verwende dann meinen Satzanfang, der mein Ausgangspunkt war und versuche, meinen Fokus in einem Satz auf den Punkt zu bringen. Das ist nicht einfach, aber als Basis verwende ich Stichworte oder Satzteile aus dem von mir geschriebenen. Diese Schreibtechnik zwingt zur Fokussierung und Reduktion und hält mich davon ab, mich zu verzetteln. Wenn ich mit Hilfe des Fokus-Sprints genauer weiß, worin mein Themenkern liegt, kann ich meinen Rohtext dahingehend überarbeiten. Ich nutze den Fokus-Sprint, um eine klarere Vorstellung von meinem Thema zu gewinnen. Für alle, die sich inspirieren lassen und den Fokus-Sprint selbst ausprobieren, die Schreibtechnik lässt sich wunderbar mehrmals wiederholen, sodass man sich an einen Kern heranschreibt oder wieder darauf besinnt. Schließlich stellt im Schreiben beides eine Herausforderung dar. Zunächst einen Fokus zu finden und diesen in weiterer Folge auch zu behalten. Die Frage ist also nur, wann ist für Sie ein guter Zeitpunkt, den Fokus-Sprint auszuprobieren. Hier sehen Sie noch einmal die Literaturangaben dieser Episode. Das war vorerst die letzte Episode. Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Freude mit Ihrem nächsten Schreibvorhaben. Schreibvorhaben. Schreibvorhaben.